Die sicher angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Januar 2015 bezugsfrei. Die neuwertige Hochpartei-Wohnung befindet sich in Münster. Das Objekt wurde 2012 erbaut und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Die Wohnung ist barrierefrei zugänglich. Die Hochpartei-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 28 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Hochpartei-Wohnung beläuft sich auf 396 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017